ja hallo zusammen zu nächsten folge ich sehe gerade ich muss verkaufen gehen zur nächsten folge t zur nächsten folge last epoch denke ich mal eben verticken kann ich hier irgendwie quest abgeben oder immer noch nicht mal im schauen da nicht hier vielleicht dass du was so naja ok da gab es einen punkt den ich gerne an uns nehmen was gibt es hier eigentlich dort rating 10 per point preußen resistance ok noch drei punkte dann können wir den schritt hier oben machen ja schon mal nice hier wollte ich hin shop also ich kann wieder gegen das kopfhörerkabel gesorgt ja großschwert ab dafür schwer was mit das mit dem sesch hier wenn ich jetzt ja nee danke tschüss 7 amor vergleichen wir mal eben 15 amor k speed ne ich glaube nicht leidkörer der kannte baden gehen ja den könnte man aber in kris man interessieren auch wenn ihr mal die weit wo es ist denn es dazu nein so was ist hier mit movement speed ist auch nahe 16 prozent in kris nekrotik der mensch nähe von interessant 3 h reanimation kult resistent nein können wir nicht gebrauchen throwing attacks wie interessiert mich nicht hat das schon mal die es mir aus nehmen nein wenn ihr in der menschen interessiert uns auch jetzt nicht so richtig wieder necrotik damit schon tschüss ist attack 1.2 wenn die physical damage er ist auf jeden fall schneller aber wieder necrotik der mensch was kein mensch also wir zumindest nicht gebrauchen können nach prozent in christmas bild hält regeneration mit 14 prozent natürlich nice ich glaube das weiß ich glaube den können wir nehmen der lightning der mensch interessiert uns nicht so richtig und das ist auch wieder ein ja so gut quest abgegeben vertickt ich glaube das war es dann hier auch na gut ich bin jetzt eher durchgegangen wieder in die armory zurück ja ja ist klar freunde sie zu dass ihr wegkommt da war ich gerade im stück kuchen gegessen aber schon kaffee getrunken habe ist ja klar können wir das mal lassen wäre mal echt nice heavy quiver na danke brauchen wir jetzt nicht so wirklich so was ist da also wir können hier einen setzen hätten weil es ist da also wir können hier einen setzen das kommen soll das was haben wir denn hier slide of hand ok da werf ich shurikans mit ok das ist nah ist wenn ich wenn ich mir liebe wenn es nur zu 1 anziehen strike und was ist das ok mit demnächst der menschen mache ich mehr schaden naja das ist relativ uninteressant mana game use for a point mana game das interessiert mich auch nicht so richtig ich bin mir jetzt gerade nicht sicher was ich als nächstes machen möchte aber ich glaube das mache ich das hier mehr der mensch ist immer nice in strike benutze ich ja relativ oder den ausweich benutze ich ja relativ häufig und wenn ich da 25 prozent mehr damit mache ich das schon mal in ordnung das war immer dann nur der erste schlag aber hey so dann würde ich mal sagen hier hoch lower district stückchen kaffee dann schauen wir mal das kommt mir bekannt vor wasser hallo okay mir war doch irgendwie so ich würde mich anzünden ist mein freund dass wir du sehen spaß ja 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 könntest du das mal lassen ist klar freuen dies allen na种 na komm nachlösch was kommt da da raus Muss mich nicht anbrutzeln lassen, das tut ja nicht notwendig. Arschloch. Mach du mal Arschloch. So, jetzt wird es Zeit bevor er mich wegputzelt. Aua, kann ich das mal lassen? Mach du mal deine Rutsche nochmal. Wenn du es unbedingt willst, tue ich dir den Gefallen, so ist das nicht. Ich will da jetzt auch kein Arschloch sein. So mache er mal. Mal wieder raus hier aus dem blauen Kreis, das ist immer nicht gut. Das ist mal gar nicht nice. Wo bist du Arsch da? Was? Wieso? Kann man das meiner verraten? Wieso bin ich jetzt gestorben? Das verstehe ich nicht. Ja, ja, fick dich. Oh, Entschuldigung, habe ich das gesagt? Wie ich übe? Dann tut es mir leid. Jetzt darf ich den anderen roten wie normal machen. Nicht sehr witzig. Autsch. Er war echt schon, da hat absolut nicht viel gefehlt und der Typ wäre mit dem Thema durch gewesen. Ja, schlach. UnGER. Einige. UnGER. 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 Ja, ja, ist klar. So, ich muss da diesmal auch echt vorsichtiger sein, damit mir derselbe Scheiße normal passiert. Ja, ich würde dich ja gerne killen, wenn du mich lassen würdest, wäre das echt nice. Ja, ja, ist gut jetzt hier, Meister. Ja. 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 na also ja so oder so ähnlich ich glaube das war es so damit haben wir die scherbe zurückholt der boss kampf hat jetzt auch mal in die folge gedauert dann werde ich jetzt mal eben das noch abgeben gut wir werden schneller durch gewesen wenn ich nicht so gierig gewesen wäre da hinten kräfte naja ich muss ich muss immer ich muss immer so aber irgendwie feste oder so warum hat er hier da war doch noch mal eine quest nice 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 ich glaube sonst in vier quest technisch auch echt durch die müsste jetzt eigentlich genau da oben zeigen können wir noch mal im verticken aber das kann ich auch immer aufmachen ich bedanke mich für zuschauen sage bis morgen dann morgen ist freitag wenn ich richtig gerechnet habe oder donnerstag ich weiß es echt gerade nicht wie gesagt ich bedanke mich für zuschauen und sage bis zum nächsten mal tschüss